ja servus leute ich bin's cadix und jetzt geht es weiter mit left4date 2 mit dabei ist der kitzmann servus der smoker ja kitzmann hat schon was von der kirche gesagt hat sich nicht so erfreulich angehört ja ich hab's aufs klo gehalten sorry du sau ja ich hab gesagt das klo ist dahinten der louis hat davon gegessen mann was ist wenn er jetzt krank wird so los geht's hm nö der hat ein paar zuckungen hier auf los geht's los los auf die blende los hast du dich schon wieder geschlagen ne geschossen was war das wow ein kanister oder sowas in der Richtung leute nach leute nach leute nach heee oh wo ist er wo ist er ich höre glaube gerade noch einen charger Charger in Frage fein ich wollte ausweichen ich wollte ausweichen ha 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 laden nach laden nach laden nach omaa wir sind pönen holen ups wer ist hin berими ha 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 att lauten nach ha 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 de Lade nach! Lade nach! Ich lade nach! Hinter mir! Lade nach! Hier ist irgendwo einer mit Mocken gespürt. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Mal wieder Moni. Ja. Da katert und die Kugeln nur so durch. Ach, hier seid ihr lang? Ruf mal kurz! Rauch wer? Nö. Zimmer gewinnt! Hör auf damit! Ey, wenn du das weise so geht, brauchst du wieder mein Medipack. Was zum Teufel tust du, Francis? Der ist lebensmüde, oder? Wer? Ja, du! Du! Du schießt mich an und letztlich lebe czł arm! In die Kugeln hinweg! Nagelgeschmoll ... Oh! Oh no! Und ich habe keine ... keine Munition mehr ... Der rennt wir so her! und ich bin fast tot. Ist ja nett, wenn ihr auf den schießen könntet statt auf mich. Ist der down? Jo. Hat er geschmeckt? Hier ist eine Kettensäge. Yay! Aber nee, da muss ich mein Cricket-Schläger haben. Oh! Oh! Oh oh. Nein, das wollte ich doch nicht. Lade nach! Lade nach! Hier gibt's Waffen! Oh! Warum? Hab ich. Boah, Puma hat mich angepasst. Boah! So Bombe wäre nicht schlecht. Ich hab! Warte, ich werfe! Warte, ich hab! Oh, du Scheiße! Ich lade nach! Jackie! Fuckin' Arna! Hahaha! Ich krieg auch schon das Knie von mir ab, ey. Ach geil. Hat's geschmeckt? Hahaha! Hier gibt's Waffen! Ey! Geil! Oi, 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 oi! Uh, Pillen! Wow! Hab ich schon! Geil, ne Witch! Wow! Au! Leute, 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 Leute! Ach, Scheiße! Ich wollte mal Hilfe! Ich wollte mal Hilfe! Lade nach! Lade nach! Ach, Scheiße! Mir geht's nicht so gut! Hahaha! Sieht nicht schlimm aus! Oh, Junge, wir sind gewollt. Besten Dank! Kein Problem! Verdammt, schrauben wir die Pack! Können wir wieder ausläufen! Moment, das dauert nur ne Sekunde! Hahaha! Warte! Hahaha! 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 Noch nie jemanden in Blut pissen sehen? Hahaha! 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 Ist da deine AK mich geschmissen? Hahaha! Hahaha! Wieso kann ich jetzt dann deine AK hier nicht aufheben? Hier liegt ne Waffe! Hm, komisch. Gleich weiß er leer aus. Hm, gut möglich. Ist er leer? Keine Ahnung. Hahaha! Oh! Oh! Alter! Der kommt eh doch... Ich konnte mich abknallen. Die Scheißzammis haben mich weggeschirrt. Äh, ist das der andere Hälfte des Chaoses? Der ist hin. Was? Da drin? Hier innen im Container. Oh ja, das ist die andere Hälfte, ja. Das ist die andere Hälfte, wo du von da unten liegt, oder? Ja. Welche andere Hälfte? Na, da oben liegt doch halber, Mensch. Wo die Waffe liegt. Hm? Wo ich doch gesagt hab, ich kann die AK nicht aufheben. Weiß ich gar nicht mehr. Hast du das jetzt... Hast du das jetzt gar nicht mitgekriegt, das? Nö. Hahaha! Besser gesagt, die Waffe ist doch leer. Ja, aber dass dort eh noch lag, weißt ich nicht. Waffen! Kommt noch was. Jockey! Jockey! Lade nach! Oh yeah! Vorsicht! Rechts ist Boomer. Vorsicht! Munition, oder? Oh! Wäre nicht schlecht, habe ich gesagt. Oh! Oh! Hey, die Apokalypse zahlt sich voll aus! Oh! Lade nach! Lade nach! Komm, man Shotgun! Komm mit Shotgun! Oh! Lade nach! Alter, die verstehen doch nicht. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Die liegt schon. Hahaha! Das ist Molys. Hier drüben gibt's Moly! Rohbomben. Kurz ausgepackt. Oh Gott, der ist zu groß und kippt um. Roger! Ey, Moly, Rohbomben! Na, Axt! Moly, so will ich nicht neu. Ach! Ja! Hey, Liefster! Oh, Kai, nix nach dir wird geschläckt! Ja! Ne, cool! Gar nix mehr! Oh! Na da oben! Oh! Ne! No, das ging gar nix mehr! Hilfe! 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 Wir sind ja schon gleich beim Finale. Da sprach noch ein Medi-Pack. Was ist denn, Leute? Das ist noch ein Medi-Pack. Ich hab grad eins reingeworfen. Wir haben ja auch so langsam mal eins gebraucht. War da auch gescheite Waffen, ne? Ne, nur ne Pistole. Oh, yeah. Wildpinkler. Oh, guck mal. Die hatten im Bus keinen Platz mehr zum Schlafen. Oh, Medi. Kurier dich besser aus, Sui. Oh, ne. Da ist nämlich... Ah! Ich muss jetzt nicht einmal hier in Ruhe heilen. Ah! Lade nach! Oh, das ist ein Afra. Punition! Oh, nicht schon. Oder ist die hier besser? Ah, ich weiß es nicht. Die sieht schon cooler aus. Was? Ah, hier liegen ja zwei Schrotz. Ich kann mich für keine entscheiden. Die eine ist mehr für das, ähm... Für Nahkampf. Die Combat. Was? Ich finde die auf, äh... Auf Distanz hat sie nicht so wirklich die Durchschlagskraft. Ich lade nach! Lade nach! Oh, hier ist ein MG. Lade nach! Yay! Jetzt können sie kommen. Ehm! Sorry! Ehm! Werfen wir den Generator an und holen den Lift runter! Ja, genau. Mit mir weinst du, Kizi, oder? Ehm! 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 Und Lärm. Kommt hier keiner mehr? Ich hätte es mal halten sollen, oder? Das war es überflüssig. Ja. Darf ich dir eine Tocke nehmen? Okay. Äh, bewegt sich die Hebebühne überhaupt? Sieht diese aus? Doch, ganz ganz langsam. Ich bin wirklich auch da oben aus dem Fenster. Beobachtet mal das Fahrzeug, das bewegt sich gaaanz langsam. Das ist einmal eine scheiß Hebebühne. Da komm ich nicht ran an den. Oh, wow. Dankeschön. Ich bin wirklich nicht ran an den. Echt, bewegt sich nicht in den. Echt, bewegt sich nicht rum. Döner Mullis. Dein Rohrläufer Eis! Ja! Das glühlt! Beobachten wir das Fahrzeug, das senkt sich wirklich! Boah! Die hat mich weggehalten! So wenigstens hin! Jetzt kommen die mal hoch! Der kann doch den alten Oppi hier die runterschmeißen! Ich hab doch nie so eine langsame Ewe-Möding gesehen! Steinzeit! Ich bin weg! Ach, du Scheiß! Kann da nie mal jemandi auch helfen? was geht er easy also damit schaffst du kein rekord reparatur gleich ist die hilfebühne schon vom tüff gefallen also hat den tüff nicht bestanden brauche meinen muni rum aus auch ja du schwuchtel generatoren Oh, was war... Oh, no. Oh! Boah, Alter! Der ist hin. Der hat mich ganz schön erwischt. Geh rauf, geh rauf, geh rauf. Oh Gott. Shit. Das Auto ist unten. Klein. Schnell rein. Wuhu. Yeah. Ja. Die Überlebenden konnten fliehen. Ja, das war's schon? Das war's für die... Also... Äh... Komponier. Ja. Die war aber kurz. Oh, ich bin schon derjenige, der drei Verbandszeuge gebraucht hat. Ja. Louis hat Adrenalin genommen? Echt? Ah, ja. Moga. Moga am meisten getötete Smoga, jawohl. Ja. Passt auch. Ja. 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 Ja, ja. 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 Leute, das war's für die Runde Nächste Rundenfolgen bestimmt Wer nicht, wenn er uns unterstützt Mit Abos Bewertungen und Daumen Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin Servus Servus